Ja, nun, jetzt hat es mich aber wieder erwischt, Freunde. Da ist er wieder, richtig, der Mann mit der guten Laune. Freunde, und wo geht es jetzt hin? Wir gehen hier ein, ins Getümmel, nach Neuhausen. Nicht auf den Filtern, nein, hier im Beat, da haben wir uns eben alle lieb. Und bis dahin, klicke ich mich aus und sage, Servus, ich bin raus.